Auf der Flucht heißt es... Geh schnell, denn diese Leute sind hauptsächlich. Und sie denken, dass du mit ein paar Pfeifen schlappst. Also sicherlich, dass du alle der Krieg rauskriegst. Das ist nicht das richtige Ort, um die Kiste zu stehen. Ach scheiße, ich muss ja zur Kiste. Ich muss zur Kiste. Dann habe ich ja Glück, dass ich nicht gestorben bin. Fuck, ich muss zur Kiste. Ja, jetzt muss ich jetzt mit dem Jetpack, ne? Wie gesagt, lange nicht gespielt, also bin ich jetzt auch nicht so gut. Also ich habe das jetzt immer noch nicht gespielt. Das war mal ein Bazooka. Welt ist zerstörbar, ne? So, deswegen will ich hier mal ein bisschen... Ne, ist doch nicht zerstörbar. So, aber ich bin ja sicher hinter dem Baum. Finde ich. Von hier unten kann ich bestimmt eh auch abschießen. Na, mach er. Mach mein Kleiner. Genau. Ich habe nur zwei Schuss. Das bedeutet... ...versemmle ich die? ...versemmle ich die. Fuck. Ich muss irgendwie hoch. Ich muss zu den hoch. Ne, toll. So, muss ich mich auch wohl... ...hinstellen, wo ich mich am besten nicht treffen lasse. So, der Icarus-Drank. Ja, ja, Standing Still, wie du auch immer. So, du gehst. Wo gehst du? Ja, zeig mich auf den Gegnern... ...ä, auf den... ...Kumpanen. Gegnern. Einer Video. Andy Loth-Tokus. Wer nennt sich sowas? Wer denkt sich sowas aus? Wer denkt sich sowas aus? Wo ist die Sonne? Also, die Frage ist... ...sollte ich jetzt irgendwie... ...nen Schuss versemmelt... ...haben irgendwie mal... ...was ist dann? Kriege ich irgendwie... ...nen neuen Versuch? Oder... ...ist halt die Mission gescheitert? Ist halt was, was mich grad mehr interessiert. ...und da! Dino, sieh! Bye, bye! Bye, bye! War klar, dass das noch nicht zu Ende war. Kannst du den Geräusch? Was ist das? Oh, nein! Mehr Enemies! Diese Kampf ist noch nicht vorbei! War klar! Geek! Ein Dinoworm! Ach, am Baum! Oder beim Baum! Na, Halleluja! Mann, 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 Mann! Muss ich da jetzt? Wie mache ich das jetzt, eh? Mögliche auch ohne sterben? Da ist die Kiste! Ähm, bleibt mir jetzt eigentlich... Ola! Bloß nicht... ...abstürzen! This ain't the right place for doing the standing still! Jaja... ...tu'n... ...Zeit... ...Druck! Mein Gott! Baseballschläger! Baseballschläger! Ernsthaft? Baseballschläger? A sind's, drei Gegner... ...und B hasse ich ein... Ich hasse es! Boah! Ich Glück hab, dass sie mich jetzt hier nicht runtergebombt hat! Hm... Wär auch zu einfach gewesen mit nem Bazooka jetzt, ne? Schön, dass sie einen dazu auch schön... ...zwingen... ...mit dem hier zu hantieren, ne? So, ich soll dich mit nem Baseballschläger wegschlagen, hab ich gehört! Nichts lieber als das! Äh, tut mir leid, schönes Leben noch! Und den da oben soll ich bestimmt auch wegschlagen! Wär eigentlich das rein logische... Oh, Lobishti! Gross! Ich kann nicht reden! Es ist noch früh am Morgen! Halb zwölf! Am Sonntag! Was war denn das jetzt so ne Aktion? Hat er mir Schaden gemacht? Äh... Natürlich! Schiederwürmer! Macht mir immer Schaden! So, nimm nen kräftigen Schluck und... ...wir drehen mal kurz nach! Buttonsmashing... Ich weiß nicht, ab und zu... ...funktioniert das gar nicht so gut... ...aber manchmal klappt das auch gut! Und tschüss! Ne, warte, ich bleib hier oben! Besser, als wenn ich mich an den Rand stelle und runter falle! Ich hasse es! Mach immer Sprecken! Triss mich da sowieso, ne? Das war so klar! Wenn der mich da runterbomben würde, wäre der sowas von... ...das wäre klar! Zum Glück ist es ja nicht irgendwie kaputt machbar! So, nehmen wir mal wieder den schönen Icarus dran! Naja, schön ist eigentlich nicht! Das war jetzt keiner, aber Trinkanimation, ne? Na? So, bevor ich mir jetzt irgendwie noch... ...erhalb des Genick gebrochen hätte! Tsch! 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 Professor, ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Bestanden! Get through the cave and find the professor! Die Höhle scheint ja nicht groß zu sein, ne? Success! Hey! Now, you've made it to the cave! Head on through and find the professor! So, Sinkflug und... Ne, warte mal! Sinkflug zum Ziel! Geht doch! Hui! Who do we have here? Ah! It's one of those Dinoworms! He won't make this river crossing any easier! Ah! Who's this chap up here? Maybe he can help cross the river! Blast! Another Dinoworm! Who's this cheeky chappy behind the tree? Friend? No. Another Dinoworm! And there's another one! This crossing is going to be difficult. You'll need to be able to handle the parachute. As well as your arsenal to succeed. Make your way to this island to succeed. Hey! Why the down face? I thought you worms love the challenge. That's more like it. Game on! Mhmhmhmhm. Hmhmhmh... Dich wünsch mal ne Facecam-Aufnahme, wo ihr hier sehen könntet, was im Gesicht ich grad sehe! Ich hasse Fallschirme. Fallschirme, also äh, was heißt denn Fallschirme? Solche Parcours-Dinger. Genau, wer denkt sich denn noch so'n Zeitdruck aus? Wenn der jetzt dran ist und mich runterschlägt, na hallo. Lass mich raten, du bist noch dran. Das war nett. Das war sehr nett, danke. Ich dachte sich, wow, 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 bevor ich mich selbst gefährde. Ich hab dich jetzt nicht getroffen. Nein, ich hab ihn jetzt nicht getroffen. Zerstörbare Umgebung? Nein. Du bist alles über die Jive-Talk, Mann. Ich hab Feuer in meinem Kopf! Aber jetzt hab ich dich getroffen, mein kleiner. Meine Fresse. Ich bin jetzt eben einfach nicht getroffen. Das war ein schöner Umzug, den ich verspielt habe. Danke. Ich hab's gemacht. Muss jetzt da runter, ne? Halleluja, 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 Halleluja In 10 Sekunden Und natürlich mache ich nicht auf den Baum halt Ob ich das da rüber schaffe Ich bin mir jetzt da nicht sättig, ja? Mein Gott, ja, ich hab ziemlich cool gefällt Verdammte Scheiße Schaff nur ich Warte, ich komme, ich komme, ich komme Okay, du überspringst ja sowieso Schön, danke Naja Naja Ich hätte jetzt eigentlich liebend gerne schon die Feuerfors genommen Aber naja, gut Dann war ich zu voreilig Einer weniger Hey, das eben da Das Palmenblatt macht mich so fertig Ich könnte heulen Ich könnte heulen Und eins Ich geh in die Luft Danke Danke Manchmal ist jetzt eins noch ganz schön lange Das ist nicht mal eine Sekunde, finde ich So, Moment, 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 schon ausstatten So, und jetzt schön auf der Palmen auch bitte landen Bitte 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 keine Dummheiten machen Einfach auf der Palmen landen Einfach auf der Palmen landen So So Und jetzt Geht's jetzt eigentlich wieder Ist schön Jetzt kann ich mich jetzt nicht an der einen Palme da aufhalten Aber ich kann mich erinnern, dass ich mich mit der Missione damals Auch sehr gerne schwer getan hab Einer weniger Das Ticken, das macht mich manchmal so nervös, dass man zu voreilig wird Und Dino, eat power Dino, eat power Ja, 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 komm Na wie, jetzt nichts? Ist ja langweilig Pfeife So So Und wieder mit dem Fallschirm Irgendwie hast ich jetzt schon Fallschirm Action 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 Dynamit Na, ist doch schön Dein Ernst Ich hasse dich Ich hasse dich Ja, lache nicht so und verschirmen Freundchen Mach's gut Danke Das war fürs Lachen, du Böser Junge Jetzt hab ich eigentlich Noch einen Wogen vor mir Ja, ist doch schön Oh mein So, ich darf mich jetzt aber auch nicht anstellen wie Fallops Hula Warum ich auch immer nicht die Abkürzung nehme mit dem Menü einfach nur nach oben drücken Hm So, so, so So Und schön aufpassen, nicht im Wasser landen Gut Ich steh eigentlich so verdeckt, dass er mich immer noch treffen kann Könnte Und Und Falls es gemacht hat So, muss ich gucken, jetzt muss ich hier hochklettern, ne Ich hasse solche Parkour-Action, hab ich schon mal, glaub ich, gesagt, ne Ich hab mal nichts anderes gebraucht Genutzt Aber ich steh da auch immer so gefährlich, ne Naja, der Spruch ist jetzt eigentlich auch nicht so, ne Äh, wenn ich das jetzt vermasseln würde Ich würd mich So in den Arsch speisen Danke Das Land, das die Wurms ver... das... ja genau Letztendlich werde ich jetzt sowieso einen Cut machen Ich danke fürs Zuschauen Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da Wir sehen uns im nächsten Part Und tschüss Vielen Dank Vielen Dank.